Das Franchise-System Mr. Poffertjes bietet niederländische Poffertjes zum Verkauf an einem Foodtruck. Die leckeren Mini-Pancakes werden frisch nach einem geheimen Backrezept zubereitet. Jetzt kannst Du Franchisenehmer von Mr. Poffertjes werden und die beliebte Süßspeise in Deiner Region anbieten. Zu Deinen Aufgaben als Partner zählen die Akquise von Veranstaltungen und der Verkauf. Mit Deinem eigenen Foodtruck wirst Du auf Stadtfesten, Weihnachtsmärkten, Festivals und ähnlichen Events den Menschen den Tag versüßen. Der Franchise-Geber unterstützt Dich mit ausführlichen Schulungen, einer intensiven Einarbeitung, telefonischer Beratung und mehr. Zudem bekommst Du Gebietsschutz für Deine Region. Das klingt spannend? Dann klicke jetzt hier für mehr Infos.